Ein bisschen ist das, was wir aktuell bei den Indizes sehen, insbesondere jetzt hier gerade beim Dow Jones beispielsweise, hier der Future-Kontrakt, wir gucken uns mal den 5-Minuten-Chart an, ein bisschen sieht das aus wie Geschunkel. Es geht ein bisschen hin und her, so 1, 2, 3 runter irgendwie, dann 1, 2, 3 hoch, alles allerdings sieht schwach aus. Warum schwach? Naja, schwach ist immer eine Bewegungsrichtung, die zwar klar definiert ist, also die Richtung ist klar, hier für dieses Teilstück ist es ganz klar abwärts, aber an den Gegenbewegungen ist es sehr viel Kursüberschneidung mit dabei. Naja, und wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, die ist ganz klar aufwärts. Wir sehen das in diesem Bereich jetzt hier beispielsweise, aber auch hier sehen wir, dass das ganz schön wackelig unterwegs ist. Das ist eigentlich nicht ein gutes Zeichen dafür, dass die Aufwärtsrichtung, das ist ja die letzte, die wir hier gesehen haben, aufwärts, dass das eine starke Richtung ist. Dieses Teilstück hier hinten allerdings schon, das heißt für die Intraday-Freunde könnte das zumindest mal aktuell verheißungsvoll sein, wenn immer er im heutigen Nachmittag ein bisschen korrektiv nach unten kommt, also dreifällig oder mehrfach wackelig irgendwie runterkommt, hat man zumindest mal so einen Zwischeneinstieg noch mal, um noch mal ein bisschen in die Long-Richtung mit dabei zu sein. Aber sind wir ganz ehrlich, wenn wir das hier so im Vier-Stunden-Chart angucken, auch ebenfalls ganz schön grenzwertig das Ganze, wie das aussieht. Wir hatten jüngst darüber gesprochen, wenn das hier viel kleiner ist als der und noch ist das durchaus gegeben, kann das durchaus eine interne Welle sein. Also ich halte das Aufwärtsbild nach wie vor für denkbar. Ich sehe allerdings auch, dass sie richtig Lust oder so richtig Kraft bei den Marktteilnehmern noch nicht da ist. Also so die reine Überzeugungstat von wegen, ja klasse, das sieht jetzt sowas von bullisch aus. Der Markt kann eigentlich nichts anderes aus, außer nach oben explodieren. Da muss ich gestehen, das sehe ich aktuell hier noch nicht so. Na gut, aber das kann ja noch werden. Aktuell allerdings würde ich mich da noch nicht so sehr darauf verlassen, denn so sehen Korrektivverhalten aus. Der Vorteil ist, so ist es abwärts korrektiv gegangen und aufwärts korrektiv. Das heißt, es ist für keine Richtung eine klare Entscheidung gefällt von den Marktteilnehmern. Und wenn die sich nicht festgelegt haben, warum soll ich mich dann festlegen? Also ihr seht schon, ich bin da noch einigermaßen verhalten, was das angeht. Anders, vielleicht, ich habe es eben angedeutet, im Intraday-Bereich, wenn ihr hier im 5-Minuten-Chart guckt, zumindest mal ist die Aufwärtsbewegung sehr stark und stellt euch vor, ihr kriegt hier irgendwie was dreiwelliges irgendwie runter. Dann sind das eher ein Zeichen für noch mal Fortsetzung. Nicht zwingend über hunderte und aber hunderte von Punkten, aber zumindest mal vorläufig wäre das ein gutes Zeichen. Das ist ja das klassische Bild, was ihr auch im Kleinen immer wieder fahren könnt. Wenn es im Großen schon nicht klar ist, dann vielleicht dann im Kleinen. Im Großen allerdings scheinen die Marktteilnehmer ganz klar noch keine Entscheidung gefällt zu haben, denn sonst würden sie sich nicht so zögerlich, sprich wackelig, sowohl im 4-Stunden-Chart als auch hier im 5-Minuten-Chart hier verhalten. Blicken wir rüber zum S&P 500, den breiten Index in Amerika, dann sehen wir mehr oder weniger das gleiche Bild, dass ihr seht hier im 5-Minuten-Chart ebenfalls die eher, na entweder, also man kann auch sagen, ja, ist das hier überlappend? Na ja, gut, dann nimmt das halt so. So, das ist wie vielwellig? Dreiwellig. Okay, abwärts, also bis dahin eher korrektiv. Oder ihr sagt, na ja, aber muss man nicht hier die ganzen Gegenbewegungen hier irgendwie noch, ja, dann sind wir wieder überlappend. Also egal, wie wir es hindrehen, die Abwärtsseite ist nicht die starke. Warum betone ich das so? Brauchen wir doch nicht, es geht doch eh hoch. Naja, ich möchte nicht, dass ihr den Eindruck habt, dass es schwach und wenn jetzt der Kurs hier durchgeht, geht es hier stark weiter. Wie weiter? Hier vorne war es nicht stark. Also geht es, wenn es hier runter geht, runter kann es ja gehen, aber auch eher nicht stark weiter, sondern in diesem vorläufig erstmal erwartungsgemäß in diesem Wackelpudding-Modus, wo man nicht so genau weiß, was haben die Jungs und Mädels da draußen dann noch vor. So, die Aufwärtsbewegung, das ist natürlich ebenfalls ähnlich hier. Wir sehen, dass wir sehr ähnlich große Rücksetzer haben, die ebenfalls sehr kurzüberschneidend sind. Also keine gute Voraussetzung für einen stabilen, starken Bullenmarkt. Also bitte nicht irreführen lassen durch so eine Geschichte. Das kann ganz schnell auch wieder zusammenfalten, insbesondere wenn hier eine starke Gegenbewegung wie diese hier kommt. Also unbedingt darauf achten, dass der Kurs, wenn dann wackelig hier nach oben kommt, dann kann man die Short-Seite gerne nochmal fahren. Umgekehrt würde ich zumindest mal eher die Ausrichtung nach oben halten, wenn die Abwärtsbewegung wackelig ist, um dann nochmal eine Fortsetzung zu sehen. Aber ihr seht das schon, Fortsetzung, ich rede da sehr zögerlich davon. Ich bin da nicht so super begeistert davon. Warum nicht? Naja, weil wir doch hier vorne schon überschneidend waren. Und wenn es jetzt genauso wäre, wie ich es gezeichnet hätte, hätten wir hier schon wieder die nächste Überschneidung. Also Begeisterung sieht anders aus. Und wenn die anderen nicht begeistert sind, warum soll ich dann der Motivator sein und sagen, hey, folgt mir alle nach. Ich schmeiß den Markt in eine Richtung. Da glaube ich persönlich nicht dran. Es sei denn, ihr habt ein wirklich sehr, sehr, sehr großes Konto. Dann haben wir natürlich noch den Nasdaq. Der ist im wesentlichen Zügen das Gleiche. Also auch hier dieses mit den Rücksetzern. Also die Argumentation gilt hier genauso. Der einzige Unterschied ist, dass man hier zumindest den Eindruck hatte, dass das Ganze hier in dieser etwas größeren Geschichte jetzt sehr viel ähnlicher groß ist. Das heißt, hier sehe ich das eigentlich am ehesten noch mal für die Abwärtsseite. Dann müssten allerdings die Tiefs fallen unter die 11.000. Sagen wir die 11.000er Marke in etwa. Solange wir oberhalb bleiben, glaube ich, sind wir da einigermaßen stabil vorläufig. Noch nicht zwangsweise ein wunderschöner Einstieg für oben. Wenn wir die 11.000 aber durchstoßen, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir die 10.500, also definitiv ist immer so ein Begriff. Aber dann halte ich es für sehr typisch, für sehr angemessen, dass wir das Tief, was wir jetzt im Oktober hatten, also das diesjährige Tief hier, dass wir das eben dann auch noch mal durchstoßen, glaube ich, wäre dann durchaus typisch. Wie sieht es beim DAX aus? Naja, grundsätzlich gar nicht so untypisch oder eigentlich sehr ähnlich die Erwartungshaltung. Natürlich, klar. Allerdings, wenn ich hier im 5-Minuten-Chart gucke, da sind wir hier einigermaßen sogar noch stabil. Wenn ich mal gucke, das letzte Tief hier so halbwegs, doppeltief, wie auch immer. Und hier haben wir Rücksetzer. Nehme ich mal das hier, das ist noch überlappungsfrei. Da haben wir einen großen Rücksetzer. Hier haben wir wieder einen kleinen. Also von all diesen Indizes gefällt mir der hier fast mit am besten. Also der hier ist in dem Fall der DAX Future, also sprich, den DAX, je nachdem, wie ihr ihn handeln wollt. Aber dann seht ihr, dass wir hier noch mit am besten unterwegs sind in dieser Aufwärtsbewegung. Und selbst wenn ich das komische Krummbucklige hier vorne noch mitnehme mit diesem Krummbuckligen, selbst da sind wir so mehr oder weniger, je nachdem, wie genau man da misst, da gibt es verschiedene Varianten. Da will ich aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst quatsche ich euch eine Stunde das Ohr weg hier. Aber da kann man sagen, naja, wenn man ein bisschen windschief guckt, ist das vielleicht sogar noch überlappungsfrei. Wollen wir es nicht über glorifizieren, aber da gefällt mir der DAX schon fast mit am besten. Grundsätzlich gilt allerdings natürlich die gleiche Idee, wenn der wackelig runtergeht, sodass wir klar unterscheiden kann, was ist stärker, diese Richtung oder diese Richtung. Wenn die also wirklich so schön schwach aussieht hier, dann hätten wir hier durchaus realistisch eine Möglichkeit hier für die Long-Seite, da noch mal einen Einstieg zu finden. Also vielleicht ist der DAX der Vorreiter. Wir werden es sehen. Die Chance zumindest mal ist da. Ich drücke euch auf jeden Fall jetzt erst mal die Daumen, dass ihr das Richtige rausliest aus der Geschichte. Vertraut dem Markt dann noch nicht so sehr, zumindest mal der amerikanischen Markt, denn die Marktteilnehmer dort haben ganz klar angegeben, dass sie noch nicht so richtig wissen, was sie vorhaben und da ein bisschen am Austesten sind. So solltet ihr euch vielleicht ebenfalls verhalten, also nicht zu großspurig in den Markt aufschlagen, sondern erst mal sagen, ja, machen wir erst mal so im Kleinen, wenn da diese Bilder sich entsprechend ergeben, wie ich sie eben eingezeichnet hatte. In diesem Sinne euch jetzt erst mal alles Gute, ganz liebe Grüße und viel Erfolg natürlich!